Es gibt nichts, es ist effizienter, nichts hat geringere Verluste als die Übertragung von Strom per Oberleitung auf ein Fahrzeug. Kein Akku und es recht kann nicht der Weg über Wasserstoff. Trotzdem ist das, was man fordert. Wasserstoff, Akkus, man will ja modern sein, doch modern ist das, was effizient ist. Denn ja, es stimmt, Energie ist nicht unendlich. Deswegen sollten wir da schauen, wo wir Energie sparen können, dass wir das auch tun. Und die Verkehrspolitik der letzten Jahre, wie gesagt, das Auto steht im Sektor, auch wenn es der zuständige Politiker anders sagt würde. Man muss sich nur anschauen, was auf den Nächsten kann das Kanälen so läuft. Erhöftung Autobahn da, Erhöftung Automierung da, Erhöftung Automierung Stadsteiner. Ups, jetzt können wir die Bahnsteige nicht elektrifizieren. Ja, das ist halt so. Ja, das ist halt so. Vielen Dank.